Ein weiterer Frühlingstipp ist die Sanierung des Rasens. Die schnellste Möglichkeit, um einen grünen und nutzbaren Rasen im Garten zu bekommen, ist das Verlegen des Rollrasens. Der Vorteil ist, dass man über das ganze Jahr verlegen kann und er innerhalb von drei bis vier Wochen einsatzbereit ist. Bevor man den Rollrasen verleiht, wird der Boden geplaniert, um die grössten Unebenheiten auszugleichen. Für die Verbesserung des Bodens kann man den Sand oder Perlitt einstreuen. Anschliessend wird der Boden mit einer Walze angedrückt und der Dünger darauf verstreut. Vor dem Verlegen des Rollrasens wird der Boden noch einmal aufgeraut. Auf den aufgeraute Boden wird dann der Rollrasen in die Bahnen verleiht und mit einer Bodenwalze angedrückt, damit man einen erfolgreichen Bodenkontakt hat. Wichtig ist, dass man Schalltafeln verleiht, damit man das Gewicht verteilt und keine Trittspuren und Senkungen im Rasen hat.